Jede Zigarette verkürzt Ihr Leben um 7 bis 11 Minuten. Bei einem gewöhnlichen Raucher sind das gut 10 Jahre. Sie sterben fast doppelt so häufig an Herzerkrankungen und fast dreimal so häufig an Krebs. Schon mit 45 Jahren funktioniert Ihre Lunge dreimal schlechter als normal. Aber es ist nicht zu spät. Hören Sie jetzt einfach und schnell auf. So wie ich. Wirklich? Ist es endlich möglich, ohne das sehnsüchtige Verlangen und Kopfschmerzen aufzuhören? Die Antwort lautet ja. Ich habe die letzten 10 Jahre versucht aufzuhören. Aber ich kam nie über ein paar Tage hinaus und wurde rückfällig. Und dann kam der Heißhunger dazu. Ich habe das Rauchen gehasst. Nach 30 Jahren habe ich ans Aufhören nicht mehr geglaubt. Niemand glaubte daran. Aber ich hatte noch einen Trumpf in meinem Ärmel. Den Trick erkläre ich Ihnen in ein paar Sekunden. Aber zuerst stellen Sie sich den Tag vor, an dem Sie komplett rauchfrei sind. Ohne das Verlangen oder den Wunsch nach einer Zigarette. Wenn Sie nicht mehr daran denken. Wenn Sie selbst darüber staunen, wie Sie frei durchatmen können. Tiefes Einatmen ist nicht mehr unmöglich, sondern Normalität. Und was halten Sie davon, wenn Sie mit praktisch keinen Entzugserscheinungen, wie Schlaflosigkeit oder Gewichtszunahme aufhören? Stellen Sie sich das Gefühl vor, wie es ist, zur Gruppe derer zu gehören, die erfolgreich das Rauchen aufgegeben haben. Was ich an Smoke Away liebe, ist, dass es ganz natürlich und nur mit Kräutern funktioniert. Der Grund, warum ich mit dem Rauchen aufhören wollte, war ja, die Chemikalien aus meinem Körper zu vertreiben. Und das passiert ja auch, wenn man das Pflaster anlegt. Das ist wie ein Geschenk an meinen Körper. Und ich tanke ihn mit natürlichen Produkten auf. Es funktioniert ganz natürlich und so ist es eine Win-Win-Situation für mich. Ich rauche seit 30 Jahren, 35 Jahre. Ich habe so viele Sachen ausprobiert, um mit dem Rauchen aufzuhören. Nichts hat geholfen. Und dann habe ich die Werbung von Smoke Away gesehen. In nur einer Woche habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Das ist jetzt ein Jahr, fast ein Jahr her. Ich bin Raucher, oder besser, ich war es. 43 Jahre lang. Ich habe viele Male versucht aufzuhören und alles ausprobiert. Doch dann habe ich Smoke Away im Fernsehen gesehen und mir gedacht, gebe ich dem eben auch eine Chance. Bestellt? Und schon vom ersten Tag an wollte ich dank Smoke Away überhaupt keine Zigarette mehr. Ich habe es probiert mit Kaugummi, Hypnose, Nikotinpflaster und anderen Ersatzprodukten. Bewegungsbeispiele für die Hände und für den Mund. Ich habe alles ausprobiert, sogar Druckpunktmassagen. Aber nichts hat geholfen. Ich konnte mir noch nicht mal vorstellen, nicht traurig zu sein, bis ich dieses Produkt fand. Es hat alles so leicht gemacht, dass es mich einfach umgehauen hat. Ich konnte nicht glauben, dass es so einfach geht. Der Tag, der mein Leben veränderte, war der Tag, an dem ich wusste, ich höre auf. Meine beste Freundin bekam die Diagnose Lungenkrebs. Der Schock saß tief. Noch am Vortag hatte sie sich Sorgen um ihre Rechnungen gemacht und dann darum, ihre Tochter nicht aufwachsen zu sehen. Die Reue, die sie mir entgegenbrachte, war überwältigend. Wir weinten beide stundenlang und gingen die Schritte ihres Lebens durch, die dazu geführt hatten. Da wusste ich, es gibt keine Wahl. Mein Enkelkind sollte die Tage geboren werden. Der Gedanke daran, wegen des Rauchens mein Enkelkind nicht aufwachsen zu sehen, Geburtstage zu verpassen, Alles wegen dieses schmutzigen Lastes, das ich sowieso nicht mochte, war einfach zu viel. Ich entschied, ich muss sofort aufhören. Ich versuchte dutzende Male aufzuhören, aber jedes Mal schaffte ich nur einige Tage lang und dann überkam mich das Verlangen. Nur eine Zigarette zwischendurch. Und darauf folgten weitere. Und als nächstes kam dann wieder eine Packung am Tag. Eines Tages bin ich dann über Smoke Away gestolpert. Alles war natürlich, worauf ich sehr viel Wert lege. Über zwei Millionen Menschen haben es bereits genutzt. Ohne Nebenwirkungen, also probierte ich es auch. Was dann passierte, war ein Schock. Jedes Mal, wenn ich aufhören wollte, war das für wenige Tage, bis mich das Verlangen überwältigte. Aber als ich Smoke Away nahm, fühlte ich mich großartig. Ich habe gar nichts vermisst. Ich wusste, dass mich diese schlechte Angewohnheit schon ein paar Monate lang beschäftigen würde, aber es reichte bereits ein wenig Selbstkontrolle und ich spürte plötzlich keinen Drang mehr, eine Zigarette zu rauchen. Und das Beste, es macht nicht abhängig zu neuen schädlichen Stimulantien. Haben Sie jemals Nikotinpflaster benutzt? Hat Sie das Nikotin weiter in Schach gehalten? Eines der Probleme ist doch, dass angehende Nichtraucher einzig und allein Pflaster oder Nikotinkaugummis nutzen, um aufzuhören. Das Problem ist doch aber, dass Nikotin weiter im Körper ist. Und Nikotin ist der Stoff, der abhängig macht. So helfen solche Produkte in den meisten Fällen nicht weiter. Überlegen Sie mal, würden Sie einem Alkoholiker weiterhin Drinks geben, damit er aufhört? Oder füttern Sie jemanden, der abnehmen will, Kuchen und Süßes? Natürlich nicht. Warum versorgt man den Körper also weiterhin mit Nikotin, wenn man doch eigentlich die Sucht bekämpfen und aufhören will? Darum funktionieren auch E-Zigaretten nicht. Der letzte Schrei sind die Dampfgeräte. Sie sind nicht geeignet für Leute, die wirklich aufhören wollen. Sie ersetzen nur ein teures Laster durch ein anderes. Wenn Sie wirklich helfen würden, gäbe es nicht an jeder Ecke einen Vaporladen, in dem Batterien, Filter, Nikotinsäfte und so weiter verkauft werden. Sie müssen die Leute in die Falle locken, um im Geschäft zu bleiben. Und mit der Zeit finden Forscher heraus, dass die E-Zigaretten genauso schädlich sind wie echte Zigaretten. Um mit dem Rauchen aufzuhören, müssen Sie dem Nikotin entsagen. Und der Entzug von Nikotin kann sehr unangenehm sein. So sehr, dass selbst die Ambitioniertesten daran scheitern. Smoke-A-Way ist komplett anders als herkömmliche Nikotinprodukte. Erstens. Smoke-A-Way ist natürlich und rezeptfrei. Nicht wie viele andere Produkte auf dem Markt. Zweitens. Nikotinprodukte lösen das Problem nicht. Sie kaschieren es nur. Im Grunde geben diese Produkte regelmäßige, fortlaufende Dosen von Nikotin in ihren Blutkreislauf ab. Drittens. Eine Studie der Harvard-Universität aus dem Jahr 2015 zufolge enthalten mehr als 75 Prozent der dampfenden Flüssigkeiten die Acetyl, ein bekanntes Karzinogen. Da jeder dampfende Flüssigkeiten unreguliert produzieren kann, weiß niemand, was sie zusammen mit dem Nikotin wirklich einnehmen. Viertens. Ärzte sagen, alle Nikotinersatzprogramme haben Nebenwirkungen. Tatsächlich hat einer von 20 Menschen ernsthafte Nebenwirkungen und muss dann aufhören, Nikotinersatzstoffe einzunehmen. Fünftens. Smoke-A-Way richtet sich an alle Suchtlevel von Rauchern, dem physischen, psychischen und emotionalen. Kann das Smoke-A-Way-Programm wirklich helfen? Überwindet es 30 Jahre Laster und Verlangen? Ehrlich, ich war, gelinde gesagt, äußerst skeptisch. Am Ende liegt die Entscheidung aufzuhören bei Ihnen. Gewohnheiten abzulegen ist schwer. Nichts für schwache Nerven. Jedes Programm ist nur so effektiv wie seine Teilnehmer. Aber wenn Sie den tiefen Wunsch haben aufzuhören, dann kann Ihnen Smoke-A-Way helfen. Ich habe in 8 Jahren bestimmt 100 Mal versucht aufzuhören. Mit Smoke-A-Way ist es mir gelungen, meine Sucht zu besiegen. Und das fast ohne Probleme. Smoke-A-Way wird hergestellt aus einer speziellen Rezeptur natürlicher Kräuter. Sie werden so gemischt, um Ihren Körper zu reinigen und die chemischen Bindungen, die Zigaretten seit Jahren aufgebaut haben, zu lösen. Am Ende besiegen Sie die Sucht ohne Verlangen und Stress, ohne Migräne oder Gefühle, dass man sich zurückziehen möchte. Wenn Sie Smoke-A-Way 30 Tage lang getestet haben, werden Sie sich wundern, warum Sie Ihre Gewohnheiten nicht schon viel früher abgelegt haben. Ich habe Pflaster versucht, Kaugummi gekaut und ich dachte, wie soll ich vom Nikotin wegkommen, wenn ich mir Nikotin in den Körper pumpe? Das ist albern. Ich habe 9 Enkelkinder, die sind alle noch klein, aber sie sagen bereits, Opa, wir möchten, dass du nicht mehr rauchst. Wir wollen dich noch ganz lange haben. Jetzt besuche ich sie und ich kann sie überall mit hinnehmen und in ihrer kleinen Welt sein, ohne immer an Zigaretten denken zu müssen. Sie kommen jetzt auch zu mir ins Haus und finden es einfach nur wow, dass mein Haus so gut riecht. Nach 3 Tagen war das Verlangen verschwunden. Danach habe ich nie wieder eine Zigarette angerührt. Es ist toll, morgens aufzuwachen und keine Zigarette zu wollen. Seit ich Smoke-A-Way benutze, bin ich nicht einmal aufgewacht und wollte rauchen. Für mich funktionierte es über Nacht. Laut Gebrauchsanweisungen nimmt man 3 vor dem Schlafengehen bei der ersten Dosis, 3 Pellen vor dem Schlafengehen, dann schlafen und morgens wachen sie auf und nehmen mit dem Frühstück 3 weitere. Okay, habe ich gemacht und hatte keinen Drang mehr. Es hat vom ersten Tag an für mich funktioniert. Ich hörte über Nacht auf. Das erste war, auf die Flasche zu schauen, um zu sehen, ob sie irgendwelche Chemikalien enthält, die ich nicht mag. Alles Kräuter und offensichtlich eine perfekte Mischung, weil sie sehr effektiv ist. Smoke-A-Way ist wirklich absolut, Smoke-A-Way ist unglaublich. Diese Rezeptur aus Kräutern, ohne jegliche Chemikalien in diesem Ding, die kann sie dazu bringen, nach all den Jahren des Rauchens einfach aufzuhören. Das ist unglaublich. Und so funktioniert es. Erstens, die physische Ebene entgiftet ihren Körper. Mit anderen Worten, verstoffwechseln sie schnell das Nikotin und andere Gifte, die mit dem Rauchen im Zusammenhang stehen, und befreien ihr System davon. Zweitens, die psychologische Ebene eliminiert umgehend das Verlangen, sodass sie einfach nicht mehr nach einer Zigarette greifen wollen. Drittens, die emotionale Ebene hilft, ruhig, entspannt und zufrieden zu bleiben. Sie brauchen also keinen Rauch, um ihre Nerven zu beruhigen. Es ist komplett sicher. Eigentlich habe ich das Rauchen gehasst, und ich könnte mich jetzt auch über die Raucherpausen auslassen, aber drei Tage später war ich sonst rückfällig, und mir war bewusst, was passiert, wenn ich nicht aufhöre. Man will ja auch nicht mit dem Rauchen aufhören, nur um süchtig nach einer anderen schädlichen Substanz zu werden. Glücklicherweise ist Smoke Away völlig natürlich, und von über zwei Millionen Nutzern wurden keine Nebenwirkungen gemeldet. Tatsächlich bestellen viele Leute immer wieder, obwohl sie schon aufgehört haben, nur weil sie sich großartig fühlen, wenn sie Smoke Away nehmen. Und so haben es andere, erfolgreiche Aufhörer geschafft. Schritt 1 Nehmen Sie Formular 1 für sieben Tage. Damit stoppen Sie das Verlangen und richten Ihren Körper neu aus, damit er normal arbeiten kann, obwohl Sie technisch gesehen die Sucht bekämpfen. Der Sinn der Formular 1 liegt darin, die anfängliche Reaktion des Körpers nach dem Aufhören zu brechen. Sie werden sich großartig fühlen. Es ist sogar möglich, schnellste Ergebnisse zu erzielen, und wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Verlangen nach sieben Tagen vollständig verschwunden ist, circa 20 Prozent der Nutzer geben an, dass es schneller funktioniert und weniger als sieben Tage dauert, dann ist es Zeit für den nächsten Schritt. Schritt 2 Sobald das Verlangen nachgelassen hat, ist die Formular 1 nicht mehr nötig und Sie wechseln zur Maintenance. Um sich nach dem ersten Monat als Nichtraucher bestmöglich zu fühlen, bekommen Sie auch eine 30-tägige Grundversorgung mit gesundheitsfördernden Nährstoffen, die Maintenance genannt wird. Diese Supplements wurden speziell dafür entwickelt, damit Ihr Körper den Entgiftungsprozess fortsetzt. Sie hält die Systeme Ihres Körpers aufrecht und gesund, während sich Ihr Körper daran anpasst, rauchfrei zu werden. Nach jahrelanger Abnutzung durch Karzinogene wird Ihr Haushalt an bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen chronisch niedrig, bis er nun sein natürliches Gleichgewicht wiedererlangt hat. Die Maintenance stellt das Gleichgewicht wieder her, bis der Körper es selbstständig schafft, damit Sie sich gesund fühlen und nicht in den früheren Teufelskreis zurückkehren. Es geht ums Machen und noch wichtiger ums Sichern Ihrer erfolgreichen Schritte. Das kraftvolle Smoke-Away-Kit Jede Art von Sucht zu beherrschen erfordert einen kalkulierten und methodischen Ansatz. Potenzielle Gefahren müssen klar genannt werden, sonst scheitern die meisten Menschen. Smoke-Away verwendet ein mehrstufiges System für den Erfolg. Durch die Behandlung aller Faktoren, die mit dem Nikotinentzug zusammenhängen, erreichen die Nutzer des Smoke-Away-Systems ihr Ziel. Erstens, die natürliche Kräuterrezeptur in der Formula 1 beruhigt Sie, wenn der Nikotinentzug beginnt. Passionsblumen, Ginseng, Myrika-Wurzel und Echinacea-Pulver sind nur einige der kraftvollen Inhaltsstoffe, die unabhängig und synergetisch wirken. Damit Sie, trotz der unangenehmen Entzugssymptome, ruhig und ausgeglichen bleiben können. Und wenn die Entzugserscheinungen der Hauptgrund dafür sind, dass so viele Raucher nicht aufhören, ist das nur der erste Schritt. Als nächstes wird das Smoke-Away-Maintenance-Programm das restliche Nikotin aus Ihrem Körper spülen. Wenn der Körper nicht vom im Körper eingelagerten Nikotin befreit wird, ist der Rückfall, den viele Raucher erleben, vorprogrammiert. Nikotin, das sogar in kleinen Mengen lagert, kann das Gehirn animieren, wieder mehr zu verlangen. Wenn alles Nikotin aus Ihrem Körper herausgespült ist, kehren Sie in den Urzustand vor dem Rauchen der ersten Zigarette zurück. Faktisch, nach der amerikanischen Cancer Society, passiert mit Ihrem Körper, nachdem Sie aufgehört haben, das. 20 Minuten danach, Puls und Blutdruck fallen. 12 Stunden danach, der Kohlenmonoxidanteil im Blut sinkt auf Normalzustand. 2 Wochen bis 3 Monate später, die Funktion der Blutzirkulation und die Lungenatmung verbessern sich. 1 bis 9 Monate danach, Pusten und Kurzatmigkeit nehmen ab. Winzige Flimmerhaare, auch Zilia genannt, die den Schleim aus den Lungen befördern, werden wieder normal aktiv, befreien vom Schleim, reinigen die Lungen und das Infektionsrisiko sinkt. So profitieren Sie bereits nach Minuten vom Aufhören und Ihr Körper repariert sich selbst. Aber es wird noch besser. Ein Jahr danach. Das Risiko einer koronaren Herzerkrankung ist halb so hoch wie das eines Rauchers. Ihr Herzinfarktrisiko sinkt dramatisch. 5 Jahre nach dem Aufhören. Ihr Risiko für Krebserkrankungen von Mund, Rachen, Speiseröhre und Blase ist halbiert. Das Risiko für Gebärmutterhalskrebs liegt im Bereich des Nichtrauchers. Ihr Schlaganfallrisiko kann nach 2 bis 5 Jahren auf den eines Nichtrauchers fallen. 10 Jahre nach dem Aufhören. Ihr Risiko an Lungenkrebs zu sterben ist ungefähr halb so hoch wie bei einer Person, die noch raucht. Ihr Risiko für Krebserkrankungen des Kehlkopfes und der Bauchspeicheldrüse sinkt. 15 Jahre nach dem Aufhören. Ihr Risiko einer koronaren Herzerkrankung ist das eines Nichtrauchers. Am Ende kümmert sich das Smoke-Away-Programm sogar um den Drang zu rauchen, der zurückkommen kann, weil Gewohnheiten zu tief verwurzelt sind, dass sie immer wieder kommen. Um jedes Rauchgefühl zu unterbinden, haben Sie eine leistungsfähige, natürliche, homöopathische Medizin, die helfen wird, jedem Wunsch nach einer Zigarette zu entsagen. Diese Formel wird in einem praktischen Spray geliefert, das überall hin mitgenommen und verwendet werden kann. Entwickelt für den täglichen Gebrauch. Bei einem plötzlichen Verlangen sprühen Sie einfach 2 bis 3 Mal in Ihren Mund für eine schnelle Linderung. Probieren Sie es kostenfrei aus. Wir wissen, dass Sie Smoke-Away lieben werden. Millionen von zufriedenen Kunden können nicht täuschen. Wir sind sicher, dass Sie es auch lieben werden. Und wenn nicht, übernehmen wir gern das Risiko für Sie. Probieren Sie es 30 Tage lang aus. 30 Tage bis zum Ende, bis Sie rauchfrei sind und sich besser als vor Jahren fühlen. Vielleicht sogar Jahrzehnten. Wenn Sie nicht rauchfrei sind. Wenn Sie das Laster nicht abgeschüttelt haben. Wenn Sie sich nicht gesünder fühlen. Wenn Sie das Verlangen nicht weglachen können. Dann schicken Sie einfach die leere Flasche zurück und wir geben Ihnen Ihr Geld zurück. Wir werden uns als Freunde trennen. Glücklich, dass Sie es ehrlich versucht haben. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird. Sie werden so begeistert sein, dass Sie einer von Hunderten sein werden, die uns Ihre Erfolgsgeschichte geschickt haben. Ist Ihnen Ihre Zukunft 2 Euro am Tag wert? Sehen Sie, das Aufgeben dieser üblen Angewohnheit hat seinen ganz eigenen Preis. Ist es Ihnen das wert? Jahre Ihres Lebens zurückbekommen. Tausende sparen für den jahrelangen Nikotinkauf. Sparen Sie Zehntausende bei Arztrechnungen. Aber am wichtigsten. Sehen Sie, wie Ihre Kinder und Enkelkinder aufwachsen und alt werden. Erleben Sie Ihre Geburtstage. Und bleiben Sie in guter Erinnerung, ohne dass Sie sich schämen müssen. Für ein paar Euro am Tag können Sie ein natürliches Heilmittel bekommen, das Sie über diese Hürde bringen wird. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Aber unendlich viel wertvoller. Und es wird wahrscheinlich Zehntausende von Euro an Arztrechnungen sparen. Außerdem ersetzen Sie keine alte Sucht durch eine neue. Sie riskieren auch keine Nebenwirkungen. Stellen Sie sich vor, wie gut Sie sich fühlen werden, wenn Sie es geschafft haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Für immer. Und wie gut Sie sich fühlen, wenn Sie keine Lust mehr darauf haben. Sie würden zu denen gehören, die sagten, Sie würden aufhören und es taten. Smoke Away hat ein exklusives Angebot, nur hier und für eine begrenzte Zeit. Zusätzlich zur absoluten Garantie, dass Sie entweder aufhören oder Ihr Geld zurückbekommen, geben wir Ihnen eine Gratisflasche Spray Away. Das Smoke Away Kit ist bereits fast 20% günstiger als der reguläre Preis. Aber Sie erhalten eine Gratisflasche Spray Away, um das Verlangen zu eliminieren. Was haben Sie zu verlieren? Ermäßigter Preis, Gratisgeschenk und wenn es nicht funktioniert, zahlen Sie nichts. Ich weiß, Sie denken wahrscheinlich genau wie ich. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Dann zählen nun die Worte von anderen. Hier sind nur einige Beispiele, warum Social Media so begeistert von Smoke Away ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017